ja hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren video von mr you help heute beantworte ich eine kleine anfrage und zwar wurde ich gefragt wie man denn freunde aus der freundesliste rauslöschen kann die schon längst ihren kanal gelöscht haben das heißt man kommt nicht auf den kanal drauf und kann da auch nicht mehr die freundschaft bearbeiten und so weiter und denken einfachen trick und zwar suchen wir erstmal einen raus der bei uns in den freundschafts listen ist aber sein kanal gelöscht hat in dem fall zum beispiel in the world reviews ja der hat sie sein kanal gelöscht und deswegen will ich einfach aus den freunden raus haben weil es sehr sinnlos ist dann gehen wir einfach unser konto dann gehen wir hier in den reiter adressbuch und dann können wir unsere ganzen freunde auflisten und suchen hier einfach mal nach t wie the world reviews so jetzt haben wir hier the world reviews und dann ist einfach einen haken davon hin klicken das ganze an und dann kommen hier verschiedene möglichkeiten entweder wir können wir können diesen kanal abonnieren was in dem fall nichts mehr bringt weil er halt gekündigt oder geschlossen wurde der kanal oder wir können das der gruppe der freunde entfernen und dann klicken wir einfach mal drauf änderungen werden übernommen und wurde aus den freunden entfernt dann gucken wir direkt mal hier unten ist er im moment ob er jetzt gleich immer noch da ist ist einfach verschwunden und das ist auch gut so und ja ich hoffe ich konnte dem der da gefragt hat damit helfen und dann bis zum nächsten mal tschüss wenn es die herrn